Guten Abend, meine Damen und Herren, herzlich willkommen. Ich freue mich, dass Sie da sind, auch hier bei uns im Studio. Seit gestern, muss man sagen, überschlagen sich die Ereignisse in Sachen Coronavirus ein wenig. In Italien sind binnen eines Tages 133 weitere Menschen an der Krankheit gestorben. Und die Regierung hat nun weite Teile Norditaliens unter Quarantäne gestellt. Für Deutschland sagt der Bundesgesundheitsminister nun doch, dass er anrät, Veranstaltungen mit mehr als 1.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern abzusagen. Das haben wir jetzt erfahren. Und sich darüber zu informieren, wahlweise bei uns oder aber im Internet, in den Zeitungen, ist aber das eine, fürchten zu müssen, selbst infiziert zu sein, sicherlich noch mal was ganz anderes. Was macht man dann eigentlich? Davon kann uns der Sänger und Star-Bariton Michael Volle berichten, der Ende Februar zu Proben in der Mailänder Skala war und der nun seit Tagen in Kleinmachno, in Brandenburg, in Quarantäne sitzt. Guten Abend, Herr Volle. Herr Volle, wie geht es Ihnen jetzt? Wunderbar. Eigentlich. Und uneigentlich? Naja, wir wissen nicht, was kommt. Und das ist kein gutes Gefühl. Ich will mit Ihnen gemeinsam mal Ihre Geschichte erzählen, damit unsere Zuschauerinnen und Zuschauer auch wissen, warum Sie denn eigentlich jetzt da in Quarantäne sitzen. Sie waren, ich habe es gesagt, Ende Februar in Mailand an der Skala, haben dort mit einem anderen Sänger geprobt, von dem Sie dann später per Mail erfahren, dass er erkrankt ist. Was haben Sie dann gemacht? Ich muss vorweg schicken, ich bin seit Anfang Februar an der Skala immer wieder gewesen zum Proben und schon zehn, zwölf Tage vorher kam eine Mail mit der Nachricht, dass ein Kollege aus dem Opernchor positiv getestet wurde. Der sei daheim und würde es gut gehen. Dann kam am letzten Dienstagabend die Nachricht, dass die Proben an der Skala ausgesetzt werden, dass quasi nicht nur die Vorstellungen abgesagt werden, sondern jegliche Aktivität innerhalb des Hauses. Heute Abend wäre die Premiere gewesen. Und in einem letzten Absatz dieser Mail stand übrigens, es gibt einen zweiten positiv getesteten Fall. Und dieser Kollege war jetzt ein Mitglied unseres Salomé-Ensembles auch. Dem habe ich einmal die Hand gegeben. Ich habe mit ihm öfters zusammen mit den anderen Kollegen geprobt. Das war die Geschichte. Aber da haben meine Frau und ich dann gesagt, so, jetzt wird es ein bisschen heikel. Wir sind hier, wir wohnen hier, wir haben zwei Kinder, zehn und acht Jahre, die gehen in die Schule. An der übrigens gleichzeitig, wie an anderen Stellen auch, eine Influenza-Erkrankung Typ A heftig rumgeht. Und jetzt müssen wir Verantwortung zeigen und schauen, ob ich, der ich so eng an einem potenziellen oder an, ja, ich war in der Zona Rosa quasi, in der roten Zone, ob ich positiv infiziert bin. Und wie haben Sie es dann rausgefunden? Ich glaube, Sie haben zunächst angerufen bei der Hotline, dann beim Gesundheitsamt. Schließlich erreichen Sie Ihre Hausärztin. Und was sagt die Ihnen? Gut, die sehr freundliche Dame vom Gesundheitsamt sagt mir, lassen Sie sie testen. Und außerdem sind Sie ab sofort zwei Wochen in Quarantäne. Das ist seltsam, weil das erstmalig auch, dass eine Premiere ist. Und das ist ein bisschen komisch am Anfang. Und sie sagte dann auch, lassen Sie sie testen und rufen Sie Ihre Hausärztin an. Meine Frau und ich haben uns dann schon kundig gemacht, wo man den Test machen kann. Und damals, das war Mittwoch, vergangene Woche, gab es nur die eine Stelle. Nämlich an der Charité Birchow-Klinik der Linie. Meine Hausärztin, sehr geehrte Frau, sagte dann, ja, gehen Sie dorthin, ich kann das nicht machen bei mir. Auch aus der Angst daraus, dass wenn ich positiv getestet werden würde oder meine Frau oder meine Kinder oder unsere Nanny, dann würde ihre Klinik geschlossen, ihre Praxis geschlossen. Was nachher die Gesundheitsamt damit sagte, nicht stimmen würde. Und daraufhin sind wir dann am Mittwoch am Vormittag nach Berlin reingefahren. Und lief da dann alles wohl organisiert? Sie sind mit Ihrer Frau gemeinsam gefahren, Gabriele Scherer, die auch Opernsänkerin ist, und mit Ihren Kindern. Unser Nanny, alle schön künft, auf engem Raum. Aber wenn wir es gehabt hätten oder hätten, dann müssen wir keinen Test machen, dann hat sowieso jeder von uns, weil wir uns sehr nahe sind. Wir sind dann dorthin gekommen, 10.30 Uhr oder sowas. Dort waren dann die restlichen Patienten, die gestern oder die Personen, die einen Test machen wollen, vom Tag vorher mit den Ziffern 950 bis 1000, noch warten auf den Test. Wir hatten die Nummern, 1000 fängt es wieder von vorne an, 28 bis 31 oder 32. Wir fragten dann, wie lange geht das? Ja, sechs, sieben, acht Personen pro Stunde. Okay, dann haben wir es hochgerechnet und sind wieder nach Kleinmachung gefahren, nachdem wir unsere Karten, unsere Nummern gezogen hatten. Und kamen dann nach sechs, sieben Stunden wieder zurück, mussten nochmal eine Stunde warten. Und dann haben wir den Test gemacht. Wissen Sie denn nun definitiv, dass Sie nicht infiziert sind und dass Sie dann am Donnerstag, Sie nicken schon, wieder das Haus verlassen können? Wir haben dann am Donnerstagabend, jetzt am vergangenen Donnerstag, definitiv Bescheid bekommen, Sie sind negativ getestet. Nur, ein anderer Kollege aus Mailand, ein Schweizer Kollege, der in Zürich ist, hat uns erzählt, in Zürich wird dieser Test gar nicht gemacht, sondern erst dann, wenn die Symptome ausbrechen. Vorher ist er relativ wertlos. Ich habe keinerlei Symptome, muss aber bis nächsten Mittwoch, Mittternacht dann in Quarantäne bleiben, weil jetzt die kritischen Tage kommen, wo die Symptome auftreten könnten. Aber niemand sagte mir bisher, du musst dich nochmal testen lassen. Ich kriege eigentlich jeden Tag einen Kontrollanruf vom Gesundheitsamt, der ist gestern und heute nicht erfolgt. Ich werde jetzt selber fragen, soll ich mich testen lassen oder nicht? Es ist kein idealer Zustand, weil ich weiß nicht, was sein wird. Vielleicht können wir Ihnen helfen, Frau Professorin Herold ist bei uns, Professorin für Infektiologie an der Universität Gießen und Marburg. Können Sie ihm helfen und ihm sagen, worauf er sich nun verlassen könnte? Ja, also man weiß, dass die Inkubationszeit, das heißt die Zeit bis zum Auftreten erster Symptome, also zwischen Infektionen und ersten Symptomen, bis zu 14 Tagen dauern kann. Es gibt sogar Studien, die sagen, das könnte möglicherweise sogar länger sein. Aber im Moment legen wir uns auf 14 Tage fest, das hat auch das RKI so bestimmt. Das Robert-Koch-Institut. Das Robert-Koch-Institut, genau. Und es kann eben sein, dass bei Ihnen jetzt auch nach 14 Tagen noch Symptome auftreten und Sie dann erst krank werden. Die Wahrscheinlichkeit nimmt dann wieder ab. Nach fünf bis sechs Tagen ist so der Peak des Auftretens der Symptome, aber das kann eben sein. Und wenn Sie dann noch positiv getestet würden, dann müsste man eben warten, bis die Erkrankung abklingt. Dann muss man wieder einige Zeit symptomfrei sein, noch zweimal testen und dann letztendlich wäre die Quarantäne aufgehoben. Aber was heißt das jetzt für hinvolle? Also er hat ja jetzt im Moment noch das Gefühl, er könnte am Donnerstag wieder das Haus verlassen. Sie sagen ihm jetzt, nö, kann sein, dass danach auch noch was kommt? Also wenn er positiv getestet würde noch am letzten Tag der Quarantäne, dann müsste er natürlich in Quarantäne bleiben. Also sollte er diesen Test machen? Er sollte noch einmal einen Test machen, ja. Herr Volle, bitte. Nur das Gesundheitsamt, also Entschuldigung, nur das Gesundheitsamt, ich weiß bisher noch nichts. Das wundert mich ein bisschen. Ich meine, ich greife diese Kolleginnen und Kollegen in keinster Weise an, weil mir ist als Laie bewusst, oder ich habe es mitbekommen, äußern sie auch zum Teil, dass sie am Rande arbeiten, dass sie wirklich kurz vor dem Kollabieren sind. Sagen sie. Und jetzt gibt es, glaube ich, mehr Stellen, um den Test zu machen. Aber man hat das Gefühl bekommen, dass die Kapazitäten bei welchem nicht ausreichen und dass sie genauso wie viele andere auch überrollt werden von diesen Zuständen, von den Anforderungen. Und ich kann nur hoffen und wünschen, dass das besser wird und dass diese Kolleginnen und Kollegen nicht erdrückt werden von dem Ganzen. Frau Herold. Ja, es kann gut sein, dass in der nächsten Zeit auch dann auf Symptome gewartet wird und dann entsprechend weniger getestet wird. Es zeichnet sich ab, dass das möglicherweise in der nächsten Zeit auch so sein wird und dass diese Vorgaben möglicherweise auch etwas gelockert werden. Wir haben das ja jetzt in der letzten Zeit auch gesehen, wenn zum Beispiel Krankenhauspersonal exponiert war, dass man dann auch gesagt hat, wir können nicht auf eine große Menge von jetzt wirklich wichtigen Fachkräften auf einer Station verzichten. Wir handhaben das etwas flexibler, das wissen Sie auch. Das war zum Beispiel an verschiedenen Unikliniken jetzt der Fall. In Aachen zum Beispiel. In Aachen zum Beispiel. Da geht es um eine neonatologische Station. Eine Frühchenstation. Genau, eine Frühchenstation. Da arbeiten hochspezialisierte Fachkräfte, die kann man nicht mal eben ersetzen. Und wenn da 45 Leute ausfallen, dann kann man die nicht aus einem Pool rekrutieren. Das geht nicht. Da muss man gucken, dass man pragmatische Lösungen findet. Und ich finde zum Beispiel die Lösung, wie sie da getroffen wurde, sehr, sehr gut. Also ich denke, dass man nach und nach auch in gewissen Situationen solche Maßnahmen anpassen wird. Und da werden wir jetzt in der nächsten Zeit noch ein bisschen lernen müssen, wie man das gut machen kann. Aber ich denke, so wird es sich dann ergeben. Herr Volle, zunächst mal danke an Sie. Wir werden weiter diskutieren hier im Studio darüber, wie berechtigt die Angst vor dem Coronavirus ist. Und ich möchte Ihnen, meine Damen und Herren, unsere Gäste vorstellen. Der nordrhein-westfälische Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann ist bei uns. Die Professorin für Infektiologie der Uni Gießen und Marburg, die Sie schon kennengelernt haben. Susanne Herold, der Wissenschaftsjournalist Ranga Yogeshwar ist da. Der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung Marcel Fratscher. Und die Allgemeinmedizinerin aus Berlin-Neukölln, Sibylle Katzenstein. Herzlich willkommen Ihnen alle. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Frau Katzenstein, Sie haben gehört, was uns Michael Volle da geschildert hat. Er will alles richtig machen, so haben wir es verstanden. Er wollte das besonders gut machen, auch weil er sich um andere Menschen in seinem Umfeld sorgt. Fühlt sich aber dann alleine gelassen. Ist das Ihrer Erfahrung nach ein Einzelfall? Also das widerspiegelt eins zu eins meine Erfahrung. Also ich bin in einer Praxis in Neukölln und ich habe in den letzten zwei Wochen bestimmt 14, 15 Patienten gehabt, die aus Italien und auch aus den Hotspots in Italien angereist kamen mit fieberhaften Symptomen. Und denen ich in Ermangelung von Masken und Schutzkleidung nichts weiter sagen konnte, wie geht nach Hause. Ich versuche mein Bestes. Das heißt, Sie haben keine Schutzkleidung? Ich habe keine Schutzkleidung. Ich habe nicht eine geforderte Maske. Das sind ja diese FFP3-Masken. Das haben wir nicht. Und die Situation hat sich aber entschärft dadurch, dass ich eine Unterhaltung mit meiner 16-jährigen Tochter hatte, die dann sagte, wieso können die Patienten sich denn nicht selber abstreichen oder testen? Das fand ich eine gute Idee. Und dann habe ich diese Idee weiterentwickelt und habe alle Leute, die da betroffen waren, angerufen und gesagt, schicken Sie eine gesunde Kontaktperson in die Praxis. Ich gebe Ihnen das Kit. Sie nehmen es mit nach Hause. Habe genau erklärt, was Sie zu tun haben. Habe es wieder entgegengenommen und ins Labor geschickt. Das ist eine Methodik, die ich jetzt noch nicht von irgendjemand anders gehört habe. Ich hoffe, es ist alles okay. Alle Teste waren negativ bisher. Aber es ist durchführbar für jeden Hausarzt, ohne sich selbst oder sein Personal ins Risiko zu setzen. Bei der Hausärztin von Herrn Volle war es ja so, dass die gesagt hat, ich kann das eigentlich gar nicht riskieren. Wenn Sie nachher positiv getestet wären oder würden, dann müsste ich wahrscheinlich meine Praxis schließen. Was machen Sie jetzt anders? Sie geben das Kit mit nach Hause. Genau, der Patient macht es ja selber. Das ist schon eine risikoreiche Situation. Weil wenn ich den Abstrich mache, dann könnte ich ja eventuell einen Hustenreiz auslösen, bin in unmittelbarer Nähe des Patienten und damit auch tatsächlich gefährdet. Wenn ich aber den Patienten das selber machen lasse, mit einer gewissen Anleitung, die eigentlich auch nicht schwierig ist, dann sehe ich kein Risiko für mich oder für mein Personal. Herr Laumann, was wir jetzt hören, auch durch den Fall von Herrn Volle, aber auch, weil es Frau Katzenstein bestätigt, sagt, sie kann das eins zu eins genauso bestätigen, erlebt das in ihrer Praxis in Neukölln. Dann wirkt das alles so ein bisschen ungeordnet. Auch danach, dass man so eine Art Zufallstreffer hat. Also Herr Volle war ja sehr hartnäckig. Ich sage, ich will das jetzt, aber ich möchte, dass getestet wird und versuche das weiter. Kann das sein? Und ist Deutschland damit dann gut aufgestellt, wenn es von Zufällen abhängt, von der Materialausstattung der Arztpraxen, die sie nun mal haben oder nicht mehr haben, und von der Hartnäckigkeit der Patienten? Also ich glaube, dass wir Klagerichtlinien vom RKI haben, unter welchen Voraussetzungen getestet wird. Die sind eigentlich sehr eindeutig. Wenn man aus einem Krisengebiet kommt, muss man getestet werden. Ansonsten muss man nur getestet werden, wenn man Kontaktperson war, wenn man die Symptome hat. Wir sagen allen Leuten, geht bitte nicht in die Arztpraxen, sondern telefoniert mit dem System. In meinem Bundesland haben die Kassenärztlichen Vereinigungen Riesenhotlines geschaltet, wo die Leute sich dran wenden können. Wir haben Hotlines. Aber auch da wählt sich ja manch einer die Finger. Ja gut, aber ich sage Ihnen das mal eins. Das ist natürlich vollkommen klar. Manche Menschen finden das ja schon schlimm, wenn man da mal 10 oder 15 Minuten in der Warteschleife ist. Also es ist ja so, dass an diesem Virus so plötzlich keiner stirbt. Und von daher ist es auch, finde ich, jetzt nicht schlimm, wenn man mal ein bisschen in der Warteschleife ist. Wir sind in Nordrhein-Westfalen allein ein Land mit 18 Millionen Einwohnern. Also das ist nicht anders zu organisieren. Die Hotline, die wir bei uns im Ministerium haben, die ist auch manchmal überbeansprucht und bricht uns zusammen. Das kann ich auch nicht ändern. Aber wir versuchen von vornherein, ich sage mal, möglichst viele Telefonate von der normalen Hausarztpraxis wegzuhalten. Denn wir haben ja die Situation, dass die Normalkranken auch da sind, die sie jeden Tag behandeln, wenn wir jetzt nicht das Virus hätten. Und wir haben ja auch gleichzeitig zurzeit noch ein bisschen eine Grippewelle in unserer Bevölkerung, wie wir sie zu dieser Jahreszeit ja immer haben. Trotzdem klagen die Hausärzte auch darüber, dass sie natürlich viele Telefonate haben. Und machen Sie es dann auch so, wie Frau Katzenstein es löst? Sie haben gesagt Telefon. Also ich war jetzt mal auf einer Tagung einer unserer Kassenärztlichen Vereinigung. Wir haben ja zwei, eine für Westfalen, eine fürs Rheinland, weil das Land so groß ist. Da lagen auf jeden Fall bei einer Kassenärztlichen Vereinigung auch die Schaubilder aus, wie man das selber machen kann. Wir müssen natürlich sehen, wir können in Deutschland ungefähr pro Tag 20.000 Proben testen. Dann sind die Laborkapazitäten am Ende. Ich meine, 20.000 ist schon eine ganze Menge. Das heißt, in Nordrhein-Westfalen können wir zwischen 5.000 und 6.000 Proben pro Tag bearbeiten in unseren Laboren. Und deswegen ist natürlich auch wichtig, dass wirklich die Ärzte entscheiden, wer wird getestet. Ob es jetzt der Ärzt im Krankenhaus ist, ob es die niedergelassenen Ärzte sind oder ob es die Ärzte in den Gesundheitsämtern sind. In den großen Städten, auch in den Mittelstädten, gibt es Abstrichzentren bei uns. Meistens in Zusammenarbeit mit einem Krankenhaus, wo sowohl niedergelassene Ärzte arbeiten wie Krankenhausärzte, dass man sich das auch ein bisschen teilt in der Belastung. In ländlichen Gebieten entscheidet man sich für andere Systeme. Das muss die Kassenärztliche Vereinigung dann auch entscheiden. Sie hat den Sicherstellungsauftrag in dieser Frage. Also bei uns läuft mit Sicherheit auch nicht alles rund. Aber ich habe schon den Eindruck, dass das System wirklich ziemlich professionell mit dieser Geschichte umgeht. Ziemlich professionell. Ja, doch, also professionell mit der Geschichte umgeht. Ziemlich habe ich deswegen gesagt, weil es immer mal an irgendeiner Stelle in einem so großen System auch Probleme geben kann. Ich habe nach der Zufälligkeit gefragt, weil andere Länder, wissen Sie auch, durchaus radikalerer Bekämpfungsansätze fahren als Deutschland. Und wir uns fragen, warum ist das da notwendig und bei uns nicht. Aber dafür wird es sicherlich eine Erklärung geben. Weltweit mehr als 109.000 Infektionen und 3.802 Todesopfer. In Deutschland haben sich bislang 1.018 Menschen nachweislich mit dem neuartigen Coronavirus infiziert. Ein Deutscher starb nun während seines Urlaubs in Ägypten. Fest steht, der Höhepunkt der Ausbreitung ist noch nicht erreicht. Europa rüstet sich. In der Schweiz sind Veranstaltungen mit mehr als 1.000 Menschen untersagt. In Frankreich seit heute ebenso. Am stärksten betroffen, Italien. 133 neue Todesfälle innerhalb von 24 Stunden. Die italienische Regierung hat das Corona-Sperrgebiet im Norden drastisch ausgeweitet. Für etwa ein Viertel der Gesamtbevölkerung steht der Alltag großteils still. Schulen und Universitäten im ganzen Land bis Anfang April geschlossen. Sämtliche Sportveranstaltungen ohne Publikum. In Deutschland sind Schulen und Kindergarten nur vereinzelt geschlossen. Es gibt Absagen von Großevents. Doch Bundesligaspiele finden bislang noch vor vollen Rängen statt. Heute empfiehlt Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, Veranstaltungen mit mehr als 1.000 Teilnehmern bis auf Weiteres abzusagen. Der Virologe Alexander Kekulé geht deutlich weiter. Wenn wir jetzt 14 Tage Corona-Ferien für Schulen, Kitas und Großveranstaltungen verordnen, können wir die Zahl der künftigen Erkrankungen und Toten erheblich reduzieren. Italien und Japan haben das verstanden. Denkt Bundesminister Spahn, die Deutschen seien gegen Coronavirus immun? Herr Laumann am Mittwoch spielt Mönchengladbach gegen den 1. FC Köln im Rheinland. Mönchengladbach, muss man dazu sagen, ist nicht weit entfernt vom Landkreis Heinsberg, der stark betroffen ist, am stärksten in ganz Deutschland. Wird das Spiel Ihrer Meinung nach und der Empfehlung des Bundesgesundheitsministers folgend nun ohne Publikum stattfinden? Also das muss der Verein entscheiden. Auf jeden Fall, wir werden... Sie können da auch? Nein, also ob die jetzt ohne Publikum spielen oder ob sie gar nicht spielen, das muss schon der Verein entscheiden, nicht ich. Aber wir werden die Empfehlung des Bundesgesundheitsministers, die er heute gemacht hat, in Nordrhein-Westfalen umsetzen. Und zwar morgen oder jetzt, vollkommen klar. Ich bin auch froh, dass er diese Empfehlung gemacht hat. Weil ich finde, wir brauchen in dieser Frage ein Vorgehen, was gleich in Deutschland ist. Bei der Bundesliga ist es ihm auch wichtig, dass man nicht jetzt einzelne Vereine bestraft, sondern dass man sie in der Gesamtheit sieht. Und wir haben uns ganz klar entschieden, dass wir diese Empfehlung des Bundesgesundheitsministers umsetzen. Aber jetzt noch mal auf das Spiel bezogen. Was machen Sie denn dann? Soll es abgesagt werden oder ohne Publikum? Oder geht nur... Also wenn wir jetzt den ganzen Tag sagen, dass wir sagen, wir wollen in Nordrhein-Westfalen keine Veranstaltungen über 1.000 Menschen mehr zulassen, dann ist das eine Empfehlung des Landesgesundheitsministers an die unteren Gesundheitsbehörden, um es jetzt mal behördenformal zu sagen. Und dann müssen die unteren Gesundheitsbehörden letzten Endes entscheiden. Aber sie können dann ja auch entscheiden, weil sie sagen können, gut, wenn wir die Empfehlung aus dem Landesgesundheitsministerium haben, bin ich ziemlich sicher, haben wir eine einheitliche Anwendung in Nordrhein-Westfalen. Das klang jetzt kompliziert? Nein, das ist überhaupt nicht kompliziert. Ich habe es nicht genau verstanden. Sie sagen, Sie geben die Empfehlung und Sie erwarten, dass sie umgesetzt wird. Kurzum, Sie ordnen an. Wir ordnen es. In Wahrheit ist es wie eine Anordnung. Also das Infektionsschutzgesetz ist so, dass die örtlichen Gesundheitsämter in dieser Frage entscheiden. Aber wir können als Land auch ganz klar sagen, wir erwarten, wir sehen das jetzt so, dass das zu passieren hat. Und mit der Empfehlung von Jens Spahn, finde ich, ist eine verantwortbare Regelung getroffen. Das ist, finde ich, jetzt auch für die örtlichen Gesundheitsämter etwas erleichternd, dann auch diese Fragen einfach so zu entscheiden. Und deswegen ist es richtig, es konsequent, ich sage mal, von Bielefeld bis nach Köln durchzusetzen. Bielefeld spielt morgen beim VfB Stuttgart, Topspiel, 2. Bundesliga, die wollen stattfinden lassen. Ja gut, aber das findet in Stuttgart statt. Das muss Baden-Württemberg entscheiden, nicht ich. Aber ich denke auch, dass nach dieser Empfehlung auch Baden-Württemberg nicht anders entscheiden wird. Herr Jogeshwar, wer es ernst meint mit der Bekämpfung des Virus, muss der denn dann jetzt tatsächlich, wie es Herr Kekulé gesagt hat, für 14 Tage radikale Maßnahmen treffen, auch alle Schulen und Kitas schließen und der Empfehlung dann wirklich folgen, Großveranstaltungen mit mehr als 1.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern knallhart abzusagen? Also Jens Spahn macht eigentlich genau in dem Fall das Richtige. Und das ist für den Laien total kompliziert zu verstehen, warum man hat 1.000 Fälle. Das klingt nach nicht viel. Aber das Entscheidende bei solchen Epidemien ist, sich klarzumachen, es handelt sich um exponentielles Wachstum. Wenn wir das wirklich mal durchdeklinieren. Wir sind jetzt Anfang März, wir reden von 1.000. Wenn wir bei Covid-19 annehmen, etwa Verdopplungszeit eine Woche. Das ist die Corona-Krankheit. Also bei Corona nach einer Woche doppelt so viele. Und jetzt gehen wir es einfach mal durch. Das heißt, nächste Woche, wenn hier Anne Will wieder stattfindet, sind es 2.000. Die Woche drauf 4.000. Ende des Monats bereits fast 10. Und so geht das weiter. Das heißt, im April werden wir bei 10 starten. Und wir enden den April bei etwa 100.000. Und wenn nichts passieren würde... Wenn man zwischendrin überhaupt nichts unterbrechen könnte... Wenn man nichts tun würde, würde es dann darauf hinauslaufen, dass wir Ende Mai rein rechnerisch bei einer Million wären. Und eine Million, muss man sich vorstellen, heißt, pro Tag gibt es dann so viele Neuerkrankungen, dass auch alle Testkapazitäten nicht mehr ausreichen. Wir haben bei der Zahl etwa 5%, die einen kritischen Zustand haben. Das sind so in etwa die WHO-Zahlen. Die brauchen einen Klinikplatz. Und da würden wir in ein Problem laufen. Das ist aber der Fall, wenn man nichts tut. Kurz um, Sie fänden es gut, jetzt, 14 Tage, Bums, alles zu. Genau, deswegen ist es jetzt in gewisser Weise wichtig, nicht panisch zu sein. Und das ist genau das, was man im Moment total vermischt. Wir haben nicht eine Situation, wo ich morgen hingehen muss, Klopapier und Nudeln, die es sowieso nicht mehr im Supermarkt gibt, zu kaufen. Oder Masken oder nehmen Sie mal Kliniken, wo in Labors ständig Zeugs entwendet wird. Das ist absurd. Aber ganz rational verstehen, wir haben es hier mit einer Epidemie zu tun, wo wir jetzt scheinbar drastische Schritte nehmen. Also, tut mir leid, vielleicht mal vier Wochen kein Fußball. Aber genau dadurch eben versuchen, die Verdopplungszeit zu strecken. Und das ist einfach das, was man einmal verstehen muss. Das heißt, ganz viel von dem, was jetzt passiert, ist nicht Aktionismus, sondern es zielt darauf ab, dass, wenn der Fall kommt, dass wir in dem Moment tatsächlich den möglichst weit nach draußen strecken. Und das kennen wir überall im Leben. Ich meine, wir fahren mit Autos, jeder schnallt sich an, jeder hat sein, was weiß ich, Airbag und seine Knasche. Das ist alles für den Worst Case. Der muss nicht eintreten. Aber entscheidend dabei ist, das zu tun und es sachlich zu tun. Weil das, was ich so ein bisschen erlebe, ist, dass wir jetzt so ein komisches Gemisch haben, eigentlich kaum Erkrankungen, tausend Stück. Aber Panik, Hysterie an einigen Stellen bis in die Absurdität hinein. Und ich glaube, da brauchen wir eine Balance. Herr Fratscher, Sie haben kritisiert. Sie haben kritisiert, dass Großveranstaltungen wie die internationale Tourismusbörse abgesagt worden sind. Nun rät ja der Bundesgesundheitsminister seit heute grundsätzlich Veranstaltungen, die mehr als 1.000 Teilnehmerinnen oder Teilnehmer haben, abzusagen. Wenn Sie jetzt sehen, wie schnell sich der Virus ausbreitet und wenn Sie gehört haben, was Ranga Jogeschwer sagt, dass man es jetzt halt dann mal einmal stoppen muss, gehen Sie dann von Ihrer Meinung wieder weg und sagen, nee, ist doch richtig, die jetzt abzusagen? Nein, ich halte es in dieser Situation natürlich für richtig. Wie natürlich? Zuerst haben Sie gesagt, Sie halten es nicht für richtig. Ich habe das vor einigen Wochen gesagt, als das Thema, als das in Deutschland noch nicht das Thema war, die Verbreitung noch nicht da war, aber jetzt ist das Risiko natürlich substanziell gestiegen. Aber für mich ist eigentlich der wichtige Punkt, dass wir natürlich die Kosten haben für Gesundheit und fürs Menschenleben. Dass jeder Angst hat, werde ich selber betroffen sein, was würde das für meine Gesundheit bedeuten? Nur wir müssen uns auch überlegen, es hat natürlich auch das, wenn man Großveranstaltungen absagt, wenn man sagt, wir machen jetzt mal zwei Wochen komplett Pause oder vielleicht vier Wochen, die Unternehmen schließen, sagen vielleicht Ihren Angestellten, und bitte kommen Sie nicht ins Büro oder in die Fabrik. Einige Leute können von zu Hause aus arbeiten, aber viele Dinge können Sie nicht von zu Hause aus tun. Mein Punkt ist, das hat natürlich substanzielle wirtschaftliche Kosten, weil viele Unternehmen nicht mehr produzieren können. Unternehmen werden dann in die schwierige Lage kommen, sie müssen immer noch Gehälter zahlen, haben aber keine Kunden mehr, können nicht mehr produzieren, kommen dann eventuell in Schieflage, müssen Menschen auf Kurzarbeit setzen, eventuell sogar entlassen. Also unsere wirtschaftlichen Prognosen sagen, es ist ganz schwierig zu sagen, wie hart es die deutsche Wirtschaft treffen wird, aber ich halte es für relativ wahrscheinlich, dass die Arbeitslosigkeit in Deutschland steigen wird. Also es werden Menschen ihren Job verlieren, es wird weniger Einkommen da sein und auch ganz wichtig, das schließt anderen, was Herr Jogeschwa gesagt hat, nicht nur Panik in Bezug auf die Gesundheit zu reduzieren, sondern auch auf das Verhalten. Denn wir sehen, dass Menschen sagen, ich gehe nicht mehr aus, ich gehe nicht mehr weg, ich gehe noch nicht mal mehr ins Restaurant, ich verschiebe auch wichtige Einkäufe, weil ich vielleicht Angst habe um meinen Job oder wer weiß, was passieren könnte. Und dann ist die Sorge darüber, dass ich auch wirtschaftlich mein Job, mein Einkommen betroffen sein könnte, bewahrheitet sich. Weil wenn jeder sich so verhält, dann führt das dazu, dass wir natürlich einen Einbruch beim Konsum haben, dann die Unternehmen noch mal mehr in Schieflage kommen. Also mein Punkt ist nicht zu sagen, man soll nicht alles Mögliche tun, um die Ausbreitung zu verhindern. Nur mein Punkt ist, man muss genau abwägen, sagen, was ist sinnvoll zu tun. Wie kann man eine Panik, eine Überreaktion, weil auch Überreaktionen haben, bringen gesundheitlich wenig oder gar nichts, aber haben hohe wirtschaftliche Kosten. Also diese Balance hinzubekommen, ist wichtig. Nochmals, Gesundheit ist ganz essentiell, aber wir sollten auch diese wirtschaftlichen Aspekte mit berücksichtigen. Denn wenn es um den Job der Menschen geht, um die Einkommen, die Sicherheit für die Zukunft geht, sind das natürlich auch wichtige Gesichtspunkte. Sehen Sie denn die Gefahr, dass Deutschland und womöglich die ganze Welt in eine Wirtschaftskrise rutschen, die weit schwerere Konsequenzen dann noch hätte als die Krankheit selbst? Wobei ich auch immer vorsichtig dazu sagen werde, jeder Mensch, der stirbt, ist natürlich ein Preis zu hoch. Das würde ich auch unterstreichen. Die große Sorge ist, dass der wirtschaftliche Schaden durch den, es ist wirklich rein wirtschaftlich gesehen, natürlich viel größer ist durch das, was an Produktionswegfällen das Unternehmen nicht mehr produzieren können, das Konsumenten nicht mehr konsumieren. Dieser Schaden ist natürlich deutlich größer. Wir haben, es gibt sehr viel mehr Tote und Opfer und Infizierte durch die Grippe, die jedes Jahr in Deutschland die Menschen betrifft. Das ist auch ein Fall, wo man sagt, das hat auch Kosten. Und von der wirtschaftlichen Prognose her ist wirklich der Faktor Zeit ganz essentiell. Sie haben eben gesagt, Herr Jogeshwar, es ist ganz wichtig, das nach hinten rauszustrecken. Aus einer gesundheitlichen Perspektive macht das völlig Sinn. Aus einer wirtschaftlichen Perspektive schafft das natürlich riesige Probleme für Unternehmen. Wenn Sie ein Unternehmen sind, ein kleiner Unternehmer, Sie haben ein Geschäft, dann können Sie vielleicht vier Wochen, sechs Wochen das irgendwie am Laufen halten, die Gehälter weiterzahlen. Aber irgendwann wird es dann wahnsinnig schwierig. Stimme Ihnen da zu. Und dann entsteht natürlich dieser große wirtschaftliche Preis. Also ich glaube, man muss bewusst sein, wirtschaftlich wird das die deutsche Wirtschaft sehr hart treffen. Das heißt nicht, dass man diese Vorsorgemaßnahmen nicht treffen soll, weil man muss halt genau überlegen, wie kann man die gute Balance hinbekommen, kluge Vorsorge, aber auch die Wirtschaft. Frau Herold, Sie sind Professorin für Infektionserkrankungen der Lunge. Ihr Hauptforschungsgebiet sind genau Influenzaviren, Lungenentzündungen und die verschiedenen Coronaviren. Und Sie arbeiten gerade schwerpunktmäßig auch an der Erforschung, logisch, dieses neuen Coronavirus. Weil Herr Fratschers auch angesprochen hat, eigentlich, dass jeder sofort immer mitdenkt. Ist denn das Coronavirus z.B. im Vergleich zur Grippe, zur SARS-Epidemie 2003 so gefährlich, dass man ganz drastische Maßnahmen, wie sie da und dort ja jetzt überall ergriffen werden, die auch Herr Kekulé fordert, dass man jetzt 14 Tage lang Schulen, Kitas schließen und Großveranstaltungen absagen sollte, ist es so gefährlich oder eben im Vergleich gar nicht so gefährlich? Ja, das ist eine wichtige Frage. Wir haben ja immer den Vergleich zur Influenza gezogen. Und dem würde ich mich auch so ein bisschen anschließen. Wir haben das eben schon besprochen. Es ist so, dass uns die Saison 2017, 2018, vor 2 Jahren, ja auch ganz heftig getroffen hat mit 25.000 Toten in Deutschland. Das hat keiner so richtig mitbekommen. Und keiner saß in Quarantäne. Keine Veranstaltung wurde abgesagt. Über Fußballspiele wurde nicht nachgedacht. Also warum tut man es jetzt? Aber dennoch sieht es jetzt im Moment so ein bisschen so aus, dass die Mortalität möglicherweise etwas höher ist. Die sterbliche. Deutlich höher. Aber sehr viel höher, oder? Ja, wir wissen das noch nicht so genau. Es gibt ganz unterschiedliche Analysen. Es gibt einen sehr differenzierten Report von der Weltgesundheitsorganisation. Da war eine Gruppe, Joint Mission, von verschiedenen Gesandten aus den Mitgliedsländern in China und hat über mehrere Tage oder zehn Tage genau eruiert, wie die Datenlage da ist und was gemacht wurde und wie effektiv das war. Und die haben gesehen, dass die Mortalität in der Stadt Wuhan selbst, also wirklich nur Stadt Wuhan, im Mittel 5,4 Prozent war. Aber alles außerhalb Provinz Hubei und Rest China 0,7 Prozent. Also man weiß schon, dass natürlich auch die Art der Versorgung, die Möglichkeit der Versorgung und die Kenntnis über die Erkrankung die Mortalität mitbestimmt. Das war am Anfang noch viel höher, 17 Prozent in Wuhan und ist dann gesunken. Aber ich habe noch nicht verstanden den Unterschied zwischen der Stadt und der Provinz. Provinz würde jetzt für mich so klingen, als sei da die Gesundheitsversorgung schlechter. Ja, Provinz heißt einfach nur Region Distrikt. Also es geht wirklich nur in der Stadt selbst, wo so viele Menschen auf einmal krank waren und auch dann schwerer krank waren und wo das im Prinzip eingeschlagen hat und keiner wirklich vorbereitet war. Da ist auch die Mortalität hoch gewesen und in Rest China nicht. In Südkorea liegt sie bei 0,6 Prozent. Das ist das Land, was bis gestern am zweithäufigsten betroffen war. Jetzt ist es ja Italien. Und in Italien ist sie aber relativ hoch, mit über drei Prozent. Und wir wissen im Moment noch nicht so genau. Wir wissen es nicht so genau. Woran könnte es denn liegen? Es könnte daran liegen, das Virus hat sich nicht geändert. Es ist immer so eine Frage, ist das Virus mutiert, ist es gefährlicher geworden? Nein, es ist genau gleich. Also die Struktur, die genetische Struktur ist nahezu identisch. Da ist nichts passiert. Das heißt, es muss mit anderen Faktoren irgendwie zu tun haben. Das können Faktoren in der Bevölkerung sein, dass es besonders empfindliche Menschen da getroffen hat. Es können auch Faktoren sein, die das Gesundheitswesen betreffen. Und wir sind gerade dabei zu eruieren, auch mit den Kollegen in Italien, was denn da eigentlich los ist und warum da jetzt im Moment auch so viele Menschen sterben. Aber im Moment können wir das nicht genau sagen, weil uns da die wissenschaftlichen Daten noch fehlen. Aber man muss am Ende sagen, die Mortalität ist etwas höher als bei der Influencer. Deshalb müssen wir uns jetzt gut vorbereiten. Die Maßnahmen, die getroffen werden, halte ich für wichtig und richtig. Auch wie sie heute kommuniziert wurden von Herrn Spahn, ob man jetzt 14 Tage Schulen und Kitas und das ganze Leben lahmlegen muss, das wage ich zu bezweifeln. Da sind wir noch nicht. Und das wird ja auch im Moment nicht getan. Bundesligaspiele hätten Sie aber abgesagt. Ja. Warum hätten Sie es da gemacht? Naja, es ging ja primär um ein Spiel, was relativ nah auch am Landkreis Heinsberg stattgefunden hat. Ja, genau. Gladbach gegen Dortmund. Da kommen viele Menschen, zigtausend Menschen, eng zusammen. Genau, da gibt es Kontakte am Anfang beim Eingang. Dann gibt es weitere Kontakte im Block. Dann gibt es das. Man kann eigentlich gar nicht mehr wirklich eruieren, wenn dann was passiert. Mit wem ist der Infizierte denn überhaupt zusammen gewesen? Das kann man fast unmöglich nachvollziehen. Und da hätte man, ja, ich denke, es ist gut, wenn man in Zukunft dann auch solche Ereignisse vielleicht jetzt gerade nicht stattfinden lässt, wie Sie es eben auch gesagt haben. Aber man fragt sich ja, wie lange soll das so gehen? Haben Sie eine Ahnung, Herr Laumann? Nein, das kann auch kein Mensch wissen. Es gibt ja Virologen, die sagen, dass es sich um ein Virus handelt, der die Wärme nicht mag. Und deswegen sagen ja viele, dass wir im Sommer eine Verschnaufpause bekommen. Ja. Aber wissen tue ich es auch nicht. Wir müssen jetzt einfach sehen, wie ist die Situation in 14 Tagen, wie ist sie in drei Wochen. Ich glaube auch, dass es richtig ist, dass das Robert-Koch-Institut ja genauso verfährt. Es verändert ja seine Richtlinien auch in bestimmten Zeitabständen und passt das der Begebenheit an. Zurzeit sind wir ja noch immer in den meisten Regionen so aufgestellt, dass wir sagen, wir wollen die gesamte Infektionskette nachvollziehen, um damit das Virus einzugrenzen. Im Kreis Heinsberg sind wir auch an der einen oder anderen Stelle so weit, dass wir die Infektionskette nicht mehr nachvollziehen können, weil sie einfach so groß sind. Und da muss man eben zu anderen Maßnahmen greifen. Ich meine, ich bin ja nun auch schon sehr lange in der Politik. Die Frage der häuslichen Quarantäne habe ich noch nie in meinem politischen Leben erlebt. Obwohl Sie schon Vogelgrippe und Schweinegrippe Ja, aber nur bei Vogelgrippe und Schweinegrippe was anders, da hatten wir natürlich mit Tamiflu auch ein Mittel. Und wir haben jetzt nichts. Und wir hatten eine Impfung dann. Ja, die Impfung kam später. Wir hatten am Anfang auch keinen Impfstoff, aber wir konnten natürlich auch unser medizinisches Personal, alle Leute schützen durch Tamiflu. Jetzt sind wir in der Situation, dass wir es im Grunde genommen unsere Menschen nur schützen können durch Schutzbekleidung. Einmal das medizinische Personal, soweit, da haben wir ja auch Probleme. Das muss man ja ganz offen zugeben. Ich beschäftige mich zurzeit als Gesundheitsministerium mehr mit Beschaffungsfragen. Sowohl für den niedergelassenen Bereich wie für den Krankenhausbereich wie mit anderen Fragen, weil wir vielleicht als Staat noch mal eher irgendwo was kriegen. Morgen Abend treffe ich mich zum Beispiel auch mal mit Teilen unserer Textilindustrie. Können wir noch bestimmte Dinge auch im eigenen Land machen? Also eine Lehre aus dieser ganzen Geschichte muss auf jeden Fall sein. Wir können uns in diesen Sachen nicht nur abhängig machen vom Ausland, auch was die Produktion angeht. Das heißt aber auch, da müssen wir auch deutsche Firmen oder europäische Firmen auch bestimmte Kontingente einräumen, sonst werden sie auf der Dauer ja nicht Schutzbekleidung produzieren. Aber diese Abhängigkeit, dass wir, dann hat das ganze Gesundheitssystem genau wie alle anderen auch relativ geringe Lagerbestände, weil man ja immer über Jahrzehnte alles kaufen konnte. Das führt natürlich dazu, ich weiß nicht, wie es in Gießern der Uni ist, aber dass man so langsam auch ein bisschen besorgt in die Vorratskammern guckt und dringend Nachschub kommen muss. Der niedergelassene Bereich ist logischerweise noch schlechter darauf eingestellt. Bei mir machen die kassenärztlichen Vereinigungen sehr viel, um die niedergelassenen Praxen besser auszustatten. Also diese Sachen werden wir lösen, aber es ist zurzeit sehr schwer. Ich kann auf jeden Fall das medizinische Personal nur schützen durch Schutzbekleidung. Ich habe nichts anderes oder auch die Wissenschaft hat nichts anderes. Und das will ich noch mal sagen, ich glaube, diese Sache da jetzt mit dem Fußball, diese Großveranstaltungen. Ich möchte auch mal sagen, ich glaube, dass die Menschen, die jetzt, sagen wir mal, im besten Alter sind, gesund sind, vielleicht auch ein bisschen jetzt einsehen müssen, dass wir diese Maßnahmen brauchen. Weil ich glaube, wir müssen vor allen Dingen versuchen, die Menschen zu schützen, die Vorerkrankungen haben, dass sie sie nicht infizieren. Weil bei denen dann dieses Problem, wie die Krankheit ausgeht, schwieriger ist. Ich habe in Nordrhein-Westfalen Stand heute Mittag rund 500 Infizierte. Aber wir haben Gott sei Dank nur vier, fünf, die richtig schwer erkrankt sind, dass sie eine intensivmedizinische Behandlung brauchen. Also alle anderen sind in einem Gesundheitszustand, der nicht kritisch ist. Und ich sage mal, über 80 Prozent sind zu Hause, weil nicht einmal Krankenhaus notwendig ist. Was ich aber noch nicht verstehe, Herr Laumann, ist, Frau Herold hat das Spiel ja angesprochen, Mönchengladbach gegen den BVB am Samstag. Am Samstag meinen Sie jetzt? Genau. Das hat stattgefunden. Richtig. Jetzt sagen Sie uns eben im Brustzonen der Überzeugung, nee, genau, das ist eine gute Maßnahme, die wir jetzt machen, dass wir Großveranstaltungen absagen werden. Was hat sich innerhalb von 24 Stunden eigentlich verändert? 24 Stunden hat sich nicht so viel verändert. Gestern war ja das Spiel. Das muss man ja auch sagen, ja. Aber wir haben gestern bei den Spielen auch Vorkehrungen getroffen, die ich am Mittwoch mit dem Verein besprochen habe, dass wir die Leute, die aus dem Kreis Heinsberg eine Eintrittskarte hatten, alle angeschrieben worden sind. Ihnen gesagt worden ist, wir würden sehr gut verstehen, wenn sie zu den Spielen nicht kommen würden. Man hat denen die Karte ersetzt. Man hat als Verein als Bonbon draufgesetzt, dass sie zu einem der nächsten Spiele kostenlos ins Stadion kommen dürfen, wenn es wieder normale Zeiten gibt. Das war jetzt so ein Zwischendingen. Aber ich bin froh, dass wir jetzt einfach eine Regelung haben. Wir haben ja auch Messen abgesagt in Nordrhein-Westfalen, Köln, die große Eisenmesse. In Düsseldorf ist eine große Weinmesse abgesagt worden. Da haben wir uns daran gehalten, wenn viele Aussteller aus den Krisengebieten kamen, haben wir abgesagt. Das war so Stand vor zwei Wochen. Es ist ja so in der Politik. Sie stehen immer vor der Frage, einen Ausgleich zu finden zwischen das, was auf der einen Seite die Virologen sagen, bis hin zu der Frage, legt das Land ganz für 14 Tage lahm? Oder die Frage, die wir dann politisch beantworten müssen, was ist die Verhältnismäßigkeit? Und ich glaube, dass wenn wir, wir müssen auch aufpassen, dass nicht das Virus Angst zu sehr um sich greift. Denn das wird uns am Ende mehr Probleme in der Bewältigung des Virus machen wie vielleicht das Virus selbst. Frau Katzenstein, stimmen Sie dazu? Denn ich habe Sie so verstanden, Sie könnten sich sehr wohl vorstellen, jetzt drastische Maßnahmen zu verarbeiten. Ich habe leider hier anscheinend eine sehr isolierte Meinung. Also Sie haben uns gerade erklärt, was exponentielles Wachstum heißt. Sie haben uns erklärt, dass im besten Falle 0,7 Prozent von den Infizierten sterben werden. Im besten Falle. In dem Moment, wo das Gesundheitssystem überlastet wird, weil keine Intensivbetten und keine Infektionsbetten mehr da sind, wird die Mortalität sicherlich hochgehen und dann landen wir bei italienischen Verhältnissen. Das Gleiche gilt für die Wirtschaft. Also wenn die Leute anfangen zu sterben und das Gesundheitssystem an den Rand seiner Kapazitäten kommt, wird die Wirtschaft noch schlimmer geschädigt, wie wenn wir jetzt eine Maßnahme ergreifen. Und ich finde, wir reden wirklich über die falschen Dinge. Wir reden über Fußballspiele, die abgesagt werden oder nicht. Und wenn wir jetzt nach China gucken und uns das Bildmaterial aus China angucken oder die Sterblichkeit in Italien, dann kann ich, dann finde ich unsere Gesellschaft wirklich zu individualistisch, dass sie immer noch nicht begreift, dass es hier nicht mehr um Fußballspiele geht. Es geht um den Schutz insbesondere der vulnerablen Bevölkerung, der alten Leute, der kranken Leute. und das ist eine große Herausforderung. Also was würden Sie vorschlagen, Frau Katzenstein, was gemacht werden müsste? Also mit den Schulschließungen, ich würde das jetzt nicht das große Drama finden. Ich bin kein Epidemiologe, ich weiß nicht, wo der Zeitpunkt liegt. Also ich denke, was sagen Sie damit, ich weiß nicht, also Herr Kekule sagt ja sofort und die Infektionskreppen, Herr Professor Drosgen sagt, es ist nicht so ganz der Zeitpunkt jetzt. Da würde ich mich jetzt nicht aus dem Fenster hängen wollen, was der beste Zeitpunkt ist. Aber wenn, also da finde ich, sollten die Virologen sozusagen und die Epidemiologen sich zusammensetzen und das überlegen. Ich befürchte, dass der jetzige Zeitpunkt vermutlich der richtige ist, weil Italien macht es uns vor, Japan macht es uns vor, die Schweiz ist sehr viel drastischer. Also man muss ja auch voneinander lernen und wir sehen, was in China passiert ist. Und ich, das kann man, das muss man doch ernst nehmen. Das geht doch gar nicht anders. Und wenn man immer davon redet, die Angst und das Virus der Angst und so, meine Patienten verhalten sich einfach nur verantwortungsvoll. Ich habe keine besonders hysterischen Patienten. Wie misst man die Angst in der Bevölkerung? Also in meiner direkten Umgebung habe ich das Gefühl, dass ich seit drei, vier, fünf Wochen selber anfange zu denken, oh Gott, was ist hier los? Und die meisten Menschen eigentlich mit großer Gelassenheit und vielleicht mit übergroßer Gelassenheit reagieren. Also das ist nicht mein Eindruck. Ich finde, man sollte viel mehr richtig fundierte Aufklärung machen in der Bevölkerung, damit jeder für sich entscheiden kann, ob er Angst hat. Aber nicht die ganze Zeit irgendwie sagen, wir müssen keine Angst haben. Ich bin bei Ihnen und ich glaube, Vernunft ist das beste Mittel in der jetzigen Phase, etwas dagegen zu machen. Wir haben, wie gesagt, im Moment nicht eine kritische Phase bei uns. Aber es geht einfach darum, das zu verhindern. Und was man sich klar machen muss, ist der Zeitpunkt jetzt richtig oder nicht? Ich glaube, er ist an einigen Stellen definitiv richtig. Also ein Fußballspiel würde ich definitiv kappen. Es hat heute... Ich kann jetzt nicht noch mal hören, dass wir weder über Fußball sprechen. Nein, aber es hat heute sogar den großen Vorteil, ich meine, wenn wir es mal konstruktiv ausdrücken, wir haben ja dank Internet, dank Videostreaming etc. sogar die Möglichkeit, viele Dinge weiterzumachen. Ich meine, ein Lehrer kann vor einem leeren Klassenzimmer einen wunderbaren Unterricht halten und die Kids gucken zu Hause auf Skype oder was auch immer nach. Ich glaube, wichtig ist, die Wissenschaft sieht im Moment, und ich glaube, das ist das Dilemma, man sieht ein Virus, was offensichtlich richtig gut ist, was die Infektionsraten betrifft. Also in kürzester Zeit, wir sind März, wir sind in 70 Ländern, ist das Virus präsent. Man sieht die Ausbreitungswege, die extrem schnell sind. Man versteht sie zum Teil noch nicht. Und das ist das große Problem. Man versteht nicht genau, wie das Virus sich weiter überträgt. Man weiß im Moment noch nicht, wie hoch die Mortalitätsraten sind. Frau Herold weiß, wie es sich... Ja, also wir wissen eigentlich mittlerweile ganz gut, wie es sich überträgt. Ja, die Frage ist nur... Über Tröpfcheninfektionen. Genau, über Tröpfcheninfektionen. Über Tröpfchen, das ist ein Weg... Über Schmerinfektionen. Klar, aber wie lange, wie viel brauche ich davon? Wir stellen auf jeden Fall fest, das heißt, es ist hoch ansteckend. Ohne, dass man das panisch sieht. Es ist einfach hoch ansteckend. Und das Ganze kombiniert damit, dass es offensichtlich gefährlicher ist als eine normale Grippe. Und diese Zahlen sind sehr schwer. Das muss man einfach klar machen. Die sind wissenschaftlich sehr schwer herauszuschälen in einer dynamischen Situation. Also wie hoch ist wirklich die Mortalitätsrate? Es gibt viele Infektionen, die verlaufen milde. Man weiß inzwischen bei Kindern zum Beispiel, es ist überhaupt kein Problem, die Kleinkinder, da stirbt keins. Warum eigentlich nicht, Frau Herold? Wir wissen das nicht genau. Es gibt die Idee, aber das ist wissenschaftlich nicht belegt, dass Kinder, oder man weiß, dass Kinder häufig diese vier anderen Coronaviren haben, die wir im Winter durch die humane Population zirkulieren. Und da gibt es möglicherweise schützende Antikörper oder eine gewisse Protektion auch gegen das neue Coronavirus. Ist eine reine Spekulation, ist wissenschaftlich bisher nicht belegt. Wird wahrscheinlich irgendwann auch gezeigt werden, warum das so ist bei den Kindern. Aber das ist eine mögliche Erklärung. Aber die werden so gut wie nicht krank oder nur ganz, ganz milde krank, werden aber infiziert und können es möglicherweise auch weitergeben. Ist es denn Ihrer Meinung nach so, soweit Sie es bislang wissen, dass wer sich einmal mit diesem Virus infiziert hätte, danach immun wäre? Davon ist auszugehen, nach allem, was wir von Coronaviren auch wissen. Im Moment gibt es da Studien zu. Und es gibt auch eine Studie, die gezeigt hat, dass wenn man Antikörper isoliert, dass man dann eine Neuinfektion mit dem Virus in der Zellkultur verhindern kann. Das spricht dafür, dass das so ist. Das wissen wir natürlich aber nicht, ob wir das in die menschliche Situation auch jetzt reintransportieren können. Aber es ist nach allem, was wir wissen, sehr wahrscheinlich, dass man zumindest eine gewisse protektive Immunität aufbaut. Wie lang die anhält, wie stark die ist, wissen wir nicht. Aber davon ist eigentlich auszugehen. Der Chef-Virologe der Berliner Charité, Christian Drosten, hat gesagt, es werden sich eh 60 bis 70 Prozent der Deutschen anstecken. Über einen langen Zeitraum. Das hat sich ganz viele Menschen erschrocken. Man kann aber dann auch so fast fatalistisch werden und sagen, gut, also Leute, dann kann man ja sowieso nichts mehr dagegen tun. Ist das so? Ja, er hat es ein bisschen anders gesagt und er hat es auch dann am nächsten Tag nochmal klargestellt oder kurz danach. Er hatte die Frage bekommen, wann hört es denn auf? Und er hat es aus einer rein epidemiologischen Sichtweise beantwortet, unter Annahme der Tatsache, dass man eben geschützt ist, wenn man es einmal hatte. Und dann hat er ein Rechenbeispiel oder Rechenexempel gemacht. Man weiß, dass die Basis-Reproduktionszahl, so nennt es der Epidemiologe, das heißt, wie ist die Zahl, die durchschnittliche Zahl, die ein Infizierter, wie viele infiziert er weiter. Und die liegt ungefähr bei drei. Die liegt bei der Influenza bei 2,5 ungefähr und bei Corona-Vios um die drei. Und dann hat er ausgerechnet, wie viele Menschen denn komplett infiziert sein müssen, damit die protektive Immunität in der Bevölkerung ausreicht, um das komplett zu stoppen. Und da muss diese Basis-Reproduktionszahl unter eins sinken. Das bezieht aber natürlich den Zeitfaktor nicht mit ein, wie Sie es gesagt haben. Das ist über lange Zeit gedacht. Und es bezieht natürlich auch nicht mit ein, die Maßnahmen, die wir aktuell treffen, dass wir Menschen in Quarantäne nehmen, dass wir uns schützen, dass wir Hände waschen, dass wir selbst jetzt natürlich auch aufpassen und uns nicht mehr die Hände geben. Und dann kommt vielleicht noch der Faktor, Sie hatten das eben angesprochen, mit rein, dass man eventuell davon ausgehen kann, wenn der Sommer kommt, dass die Welle abflaut. Wir wissen noch nicht, ob das so sein wird. Aber der Grund, warum alle respiratorischen Viren, und das sind ja viele, 15, 20, alle Viren, die Lungen- oder Atemwegsinfektionen machen, das ist neben der Influenza noch die Parainfluenza, die Renoviren, RSV-Viren und so weiter. Also eine ganze Menge an verschiedenen Viren, die kommen alle im Winter. Und das hat einen Grund. Und ein Grund davon, das hat mehrere Gründe, ein wichtiger Grund ist, dass wir dann immer zusammen in großer Menge in geschlossenen Räumen sind, dass wir mehr Bus fahren und dass die Schleimhäute trockener sind und empfänglicher für Infektionen. Das ist ein wichtiger Grund, warum das dann auch immer wieder abflaut. Man kann das, es ist jedes Jahr das Gleiche. Und man geht davon aus, dass es möglicherweise jetzt auch so ist. Das käme noch dazu, das würde das vielleicht abmildern. Aber wir sind noch nicht sicher. Der Zeitfaktor, der ist auch wichtig für die deutsche Wirtschaft oder die Wirtschaft insgesamt, denn die leidet auch jetzt schon. Die Weltwirtschaft im Zeichen von Corona, Kursverluste an den Börsen und Lieferengpässe, etwa bei Zulieferteilen für die Industrie oder Medikamenten und medizinischer Schutzkleidung aus China. Die Abhängigkeit der deutschen Wirtschaft von China macht sich zunehmend bemerkbar. Der Bundesverband der deutschen Industrie warnt, die Industriekonjunktur dürfte auch im laufenden Jahr in der Rezession verharren und sich zu der längsten seit der Wiedervereinigung ausweiten. Uns berichtet jedes zweite Unternehmen davon, dass es von Umsatzeinbrüchen in diesem Jahr ausgeht. Jedes vierte sogar von Umsatzeinbrüchen von mehr als 10%. Auch die Reisebranche beklagt Ausfälle und fürchtet große Verluste. Die Lufthansa kündigte an, in den kommenden Wochen bis zu 50% ihrer Flüge zu streichen. Die weltgrößte Tourismusmesse in Berlin, die ITB abgesagt. Die Leipziger Buchmesse abgesagt. Die Hannover Messe verschoben. Der Hotel- und Gaststättenverband beklagt massive Umsatzeinbußen und erwartet staatliche Unterstützung. Im Koalitionsausschuss werden heute Abend mögliche Maßnahmen diskutiert. Lockerung der Kurzarbeitsregelung, Vorziehen des Soli-Abbaus, Überbrückungskredite und staatliche Bürgschaften. Der Bundeswirtschaftsminister vor dem Treffen? Wir sind darauf vorbereitet, die finanziellen Mittel gegebenenfalls zu erhöhen, wenn dies notwendig wird. Und sollte sich herausstellen, dass die Konjunktur insgesamt geschwächt und gefährdet ist, dann müssen wir auch als Bundesregierung bereit sein, grundsätzlich und generell zu handeln. Herr Fratscher, noch sitzt der Koalitionsausschuss. Wir wissen also noch nicht, was Sie jetzt genau beschließen. Aber eben klang das ja bei Herrn Altmaier so, dass er gesagt hat, kurzfristige Kredite könnte man geben. Aber ein Konjunkturprogramm, von dem auch schon gesprochen wurde und auf das gehofft wurde, wird es wohl nicht geben. Herr Laumann schüttelt auch mit dem Kopf. Wird es nicht geben? Ja, ich weiß nicht. Also ich glaube, was ich aus der nordrhein-westfälischen Wirtschaft bin, ich bin ja auch Arbeitsminister, ist, dass Sie sagen, wir brauchen auf jeden Fall eine vernünftige Lösung beim Kurzarbeitergeld. Das heißt unbürokratisch, das heißt vor allen Dingen, dass die Remanenzkosten übernommen werden. Das heißt, die Firmen müssen normal bei Kurzarbeit die Sozialversicherungsbeiträge selber bezahlen, dass die also auch dann vom Arbeitsamt übernommen werden. Ich glaube, dass das jetzt wichtig ist, dass die Leute erst mal ihre Belegschaften zusammenhalten. Und irgendwann wird ja die Krise vorbei sein, dass dann die Belegschaften an Bord sind. Damit haben wir ja schon mal eher bei der Wirtschaftskrise 2008, 2009 ganz gute Erfahrungen gemacht. Wichtig ist doch, dass die Leute nicht entlassen werden, dass sie ihre Sicherheit behalten, dass ihr Arbeitsplatz da ist. Und die Unternehmen wissen doch auch, wenn die Krise vorbei ist, können sie wieder genau das Gleiche machen, was sie vor der Krise gemacht haben. Also der Messebauer, irgendwann wird es wieder Messen geben, dann wird er halt wieder Messebaumacher. Aber bis dahin kann er pleite sein. Da haben wir ja einige auch die Tage gehört, die das genau für sich befürchten. Herr Fratscher, reicht es aus, was die Bundesregierung im Moment vorlegen will? Ich denke, es reicht nicht aus. Also ich stimme überein, das, was jetzt an Maßnahmen da ist, ist richtig. Überbrückungskredite, Kurzarbeitergeld, gar keine Frage. Aber ähnlich wie bei der Gesundheitsvorsorge geht es auch bei der Wirtschaft. Es ist gut, frühzeitig zu agieren. Nicht erst dann, wenn die Epidemie da ist, wenn viele betroffen sind, sondern sehr, sehr frühzeitig agieren. Und wir haben eben darüber gesprochen, das Thema Vertrauen, dass Menschen ein fehlendes Vertrauen haben, Sorge haben, Ängste haben und deshalb ihr Verhalten verändern. Das betrifft Unternehmen, aber es betrifft auch Konsumenten. Also viele Konsumenten sagen, ich verschiebe mal die Anschaffung vom Kühlschrank oder von anderen Dingen, mach das lieber mal jetzt nicht. Und das schafft dann nochmal ein zusätzliches Problem für die Wirtschaft. Deshalb würde ich schon dafür richtig halten, dass die Bundesregierung ein Konjunkturprogramm verabschiedet mit zwei Elementen. einmal kurzfristig den Konsumenten sagt, wir helfen euch, wir schaffen Vertrauen, indem wir euch beispielsweise eine temporäre Senkung der Mehrwertsteuer geben. Also es lohnt sich, wenn ihr jetzt in diesem Jahr Dinge anschafft und es nicht erst auf nächstes Jahr verschiebt. Also einen kurzfristigen Anreiz. Und zweitens auch ganz wichtig, wenn wir über Vertrauen sprechen. Wie viel würden Sie die Mehrwertsteuer abgesenkt sehen wollen? Es ist extrem teuer, aber 19 Prozent, wenn man den regulären Ersatz nimmt, jeder Prozentpunkt kostet knapp 10 Milliarden Euro. Aber das sind 10 Milliarden Euro, die letztlich allen Konsumenten, ja jeder konsumiert was. Es hilft vor allem Menschen mit geringeren Einkommen, weil Menschen mit geringeren Einkommen geben komplett ihr Einkommen für Konsum aus. Also denen wird noch mal mehr geholfen. Und wenn man das temporär macht, dann heißt es, kaufen Sie sich den Kühlschrank oder den Fernseher nicht erst im nächsten Jahr, dann wird es wieder teurer, machen Sie es jetzt. Also so ein bisschen den Helfen zu sagen, wir helfen euch kurzfristig und gleichzeitig nochmals auch langfristig, denke ich, ist es wichtig, ein Investitionsprogramm aufzuerlegen in Unternehmen. Ich bin bei Ihnen. Natürlich kann man kurzfristig den Unternehmen helfen. Nur viele Unternehmen, für die es ist wichtig, eine langfristige Perspektive zu haben. Wenn man ein Investitionsprogramm hat, das sagt, die Bundesregierung nimmt das ernst, wir haben verstanden, wir brauchen einen wirtschaftlichen Impuls. Diese Kombination zusammen mit den jetzt betroffenen Maßnahmen wäre für mich das richtige Programm, um frühzeitig zu agieren. Weil man muss sich bewusst sein, wenn man heute Sachen entscheidet, dann ist es ja nicht morgen effektiv. Und es ist nicht morgen in der Geldbörse der Konsumenten, sondern es dauert ja eine Zeit. Deshalb denke ich schon, dass man frühzeitig agieren sollte. Herr Laumann druckt sich weg, wann immer Steuererhöhungen für CDU-Politiker im Raum sind, dann ... Nein, also ich druck mich überhaupt nicht weg. Ich persönlich bin der Meinung, dass wir wirklich als erstes brauchen, dass die Leute nicht entlassen werden wegen einer Torekrise. Das habe ich schon sehr deutlich gesagt. Das Zweite ist, meine Wahrnehmung ist, dass zumindest im Handwerksbereich die Auftragsbücher so voll sind, dass man fast gar keinen Handwerker mehr kriegt. Und dass wir da eine Überkonjunktur haben. Wir haben jetzt schon die Situation, dass viele Fördermittel, die wir als Staat einsetzen, gar nicht abfließen, weil die Kapazitäten der deutschen Wirtschaft vollkommen erschöpft sind. In vielen Bereichen, ob Sie in den Baubereich gucken, ob Sie im Tiefbau gucken, ob Sie im Hochbau gucken, haben wir eine Situation, dass nicht mal unsere Fördergelder ablaufen. Das liegt aber an anderen Dingen. Also die Industrie ist seit zwei Jahren in der Rezession. Ja gut, also deswegen weiß ich jetzt nicht, ob man jetzt breit angelegte Konjunkturprogramme braucht, sondern ich glaube, dass wir etwas brauchen für die Branchen, die stark betroffen sind, dass sie nach der Krise noch leistungsfähig sind. Was ist mit Ihrem Betrieb, Frau Katzenstein? Darf ich noch mal dazwischen? Ich glaube, ein Aspekt ist in dem Kontext wichtig. Lass uns Frau Katzenstein kurz antworten. Weil sie ist in Ihrem Betrieb auch betroffen. Ja, natürlich. Also ich dachte, ich bin kein Ökonom, aber könnte man die Digitalisierung nicht etwas vorantreiben? Wäre das nicht auch ein Konjunkturprogramm? Da sind wir ziemlich hinterher. Ich würde zum Beispiel gerne oder beziehungsweise ich biete jetzt auch Videosprechstunden an. Die werden aber nicht bezahlt und die allermeisten deutschen Ärzte bieten es noch nicht mal an. Die Schulen könnten auch deutlichen Digitalisierungsschub bekommen. Also es gibt ja Bereiche, die vielleicht aus dieser Krise sich weiterentwickeln können. Ich habe sie uns gebrochen. Aus Krisen lernt man garantiert immer. Aber ich glaube, in der heutigen Situation müssen wir uns noch über einen Aspekt bewusst werden. Und das ist, wir haben vorher Krisen gehabt von BSE über SARS über Vogelgrippe über Schweinegrippe. Und was ich konstatiere im Laufe der Jahre ist eine zunehmende Hysterie. Und diese Hysterie hat etwas ganz Gefährliches. Nämlich, irgendwann wird der Moment kommen, wo man nicht unbedingt sagt Entwarnung, aber wo in der Verhältnismäßigkeit wieder einer sagt so und jetzt findet eine Messe statt oder jetzt machen wir das und das. Und in der jetzigen Konstellation wird das sehr schwer, weil zum Teil die Medien extrem hysterisch sind. Sobald einer eine Entscheidung fällt, kriegt der Prügel von den anderen. Dann heißt es, es ist verantwortungslos. Ich erinnere an Jens Spahn, der am Anfang gesagt hat, geht sachlich mit der Sache um, geht ruhig um. Und er würde dafür von den Medien geprügelt. Und ich glaube, an der Stelle ist ganz entscheidend, dass wir nicht in diese Schleife hineinkommen. Und wie kommt man raus? Durch Vernunft und vielleicht dadurch, dass die Art und Weise, wie wir Medien nutzen, vielleicht auch im Ergebnis dieser Krise überdacht werden sollte. Wenn wir Medien nur als Erregungsbewirtschaftung sehen, wo ständig immer nur der Fall und hier Horrorszenario, dann führen wir zu einer Atmosphäre, wo wir heute einen Unternehmer haben, der durchaus etwas machen möchte, es aber nicht machen kann. Weil er sagt, wenn ich diesen Schritt tue, dann werden so viele anderen mir sagen, das ist unverantwortlich etc. Die Politik ist darin gefangen, die Wirtschaft ist darin gefangen. Und diesen Kreislauf, den müssen wir auch durchbrechen. Denn es wird ja irgendwann auch wieder das Statement kommen, jetzt können wieder Fußballspiele oder große Veranstaltungen stattfinden, obwohl vielleicht immer noch Corona-Patienten da sind. Vielleicht haben wir denn Medikamente und einen Impfstoff. Ja, aber ich glaube, wir brauchen auch zunehmend ein anderes Bewusstsein, denn das Leben hat immer Risiken. Also ich habe so zunehmend den Eindruck, wir leben in einer Zeit, wo das kleinste Risiko aufgebauscht wird und wir keine Verhältnismäßigkeiten mehr sehen. Das nehmen wir jetzt als Schlussapplaus, weil wir tatsächlich schon rübergehen müssen zu den Tagesthemen. Aber genau, es gibt nicht die Medien, will ich jetzt noch mal kurz sagen. Und es gibt auch nicht, ja, nicht nur, glaube ich, Hysterisierung heute Abend. Glaube ich, haben wir uns alle gemeinsam bemüht, mal zu verstehen. Der Versuch ist anders zu machen. Ganz genau. Danke dafür, wirklich. Und weiter mit den Tagesthemen mit Pina Atterley. Pina, ihr beschäftigt euch auch mit dem Koalitionsausschuss eigentlich, aber wisst vielleicht auch noch nicht, was rausgekommen ist, oder? Genau, ja, Anne, wir blicken auf den Koalitionsausschuss in Berlin, der ja noch immer tagt. Und damit sowohl auf die Entwicklungen angesichts der Corona-Epidemie als auch auf den Umgang mit der neuen Flüchtlingsproblematik an Europas Grenze. Ja, ob und was da heute jeweils entschieden wird und rauskommt, gleich bei uns in den Tagesthemen. Das also jetzt in den Tagesthemen. Danke, Pina, und danke an Sie, meine Damen und Herren. Tschüss, auf Wiedersehen. Tschüss, auf Wiedersehen.